Musik Einer von den wichtigen Festen ist auch das Sukkot, das Laubrittenfest. Laubhütte erinnert an den Ausdruck aus Ägypten und an die Wustenwanderung, die 40 Jahre dauerte. Musik Es ist interessant, wie viele nicht-jüdische Eltern interessiert sind, ihre Kinder in die jüdische Schule zu schicken. Es ist einfach spannend. Generell sind wir absolut offen. Auch jedes nicht-jüdische Kind kann bei uns in die Schule kommen, genauso wie auch hier in den Kindergarten. Es gibt gewisse Sachen, die wir mitbringen lassen aus Antwerpen von unserem Vorbeter oder lassen es aus Paris oder aus Frankfurt bringen. Wir bringen zum Beispiel auch den Wein und die bestimmten Getränke, es sind auch koscher, die werden dann speziell bestellt. Musik 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 Vielen Dank.